Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, die Montagsabends-Talkshow wurde nicht aufgenommen, wurden zwar einige wichtige Sachen besprochen, also holen wir das jetzt nach. Und zwar das Thema sollte ja sein, Irrwege, ja die Welt auf Irrwegen. Irrwegen, die ihnen schaden, die ein Ruin für Deutschland darstellen, die ihr Leben ruinieren, unser aller Leben ruinieren. Die Basispartei mit ihren Irrwegen sich nicht beraten zu lassen in Richtung dessen, wo gewisse Erfolgschancen sind und das Vernünftigen Richtung Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWÖ-GWO-Kombi. Darauf hat sie nicht gehört, jetzt ist sie immer mehr abgeschmiert von 1,5 auf 1,4, jetzt 1,1 und jetzt auf 0,8. In Nordrhein-Westfalen, die Linke ist abgeschmiert, die auch beratungsresistent ist, die also sozusagen ihre DDR-Konzepte weiterhin fortfahren wollen, immer mehr von Enteignung sprechen und von, ja letztendlich auch wie Sarah Wagenknecht eben, von einer Aggressivität auf die Fähigen in der Sozietät. Also das ist quasi so, alle biologischen Gruppierungen leben nur durch und mit und von den Fähigsten der Gruppe. Was wäre das Löwenrudel ohne die fähigsten Jägerinnen? Was wäre, ja alle leben sie von den Fähigsten, aber die Linke sagt, nee wir wollen den Fähigsten in den Hintern treten und wir wollen die Steuern höher setzen als in den anderen Teilen der Welt und völlig egal, ob die anderen, ob die dann abwandern aus Deutschland, spielt gar keine Rolle. Die anderen sind genauso schlau und die machen das dann genauso gut und dann werden wir wieder erleben, wie dann die volkseigenen Betriebe sozusagen von den mitbestimmenden, unfähigen Mitarbeitern zugrunde gerichtet werden und im weltweiten Wettbewerb kläglich auf die Nase fallen und wir alle pleite gehen und arbeitslos werden und so weiter. Ja, das sind diese Tendenzen und hier bei SPD und Grüne auch überall diese unrealistischen Tendenzen. Ja, werde ich gleich noch darauf zu sprechen gekommen. Ja, und dann Markus Krall, der Lobbyist der Zuckerindustrie, der Tabakindustrie und Alkoholindustrie, also das heißt, freier Markt für Zuckerindustrie, freier Markt für Alkoholindustrie, freier Markt für Tabakindustrie, der Markt regelt alles und so weiter und wir brauchen nichts zu unternehmen dagegen, dass die halbe Menschheit in zuckersüchtige und zuckerkranke, diabeteskranke, übergewichtige und in Alkoholiker und in rauchsüchtige und so weiter verwandelt. Dagegen brauchen wir nichts zu unternehmen, der Markt regelt das alles zum Besten für alle und so weiter. Ja, und an diesem Aberglauben hängen auch die AfD und besonders auch die FDP immer noch an. Und die CDU ist da ein Tick vielleicht schon nachdenklicher. Immerhin gab es ja auch den ersten Abgeordneten, der mit und über die Gemeinwohlökonomie eine Fernsehsendung im Internetfernsehen gemacht hat und so weiter. Na ja, ja, also gucken wir uns aber nochmal anhand der, vielleicht der Bildershow an, was alles, wie wir, wie all diese, die hier stehen, ihr Leben ruinieren und wie wir alle, ja, wie wir alle ruiniert wurden. Wie hieß dieser Musiksong? Was hat uns bloß so, was hat dich bloß so ruiniert? Was hat uns bloß so ruiniert? Was hat uns bloß so ruiniert? Ja, schauen wir uns doch mal so an, dass wir vielleicht mit Hilfe der Bildershow mal so ein bisschen hinkriegen, was uns so alles ruiniert hat. Also erst mal, warum überhaupt ist das Kommune 1 und Kommune Lebensgemeinschaften, warum ist das für durchaus einige Menschen immer wieder Thema? Ja, wahrscheinlich, weil irgendwas in uns noch ahnt, dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, uns unser Sozialleben weggenommen hat, das Miteinanderleben weggenommen hat, uns von dem sozialsten Lebewesen der Erde zum einsamen, kaufsüchtigen Single verwandelt hat und dass uns das nicht gut tut, weil die Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression, Sucht und so weiter unser ganzes Leben doch unglücklich machen und zerstören. Ja, und in diesem Sinne, ja, schauen wir, und das ist der Grund, warum man sich überhaupt mit Kommune beschäftigt und warum auch ich denke, dass ich nur richtig glücklich werden könnte, wenn wir über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften einige Leute wenigstens wieder die Möglichkeit bekommen, sich in Richtung Kommune weiterentwickeln oder zurückentwickeln zu können zum Naturzustand, ja, denn es gibt nicht viele Hinweise, dass wir diesen Naturzustand schon genetisch verloren haben, dann wären wir ja glücklich als Einsame. Aber die Einsamen sind ja meistens unglücklich und eben nicht glücklich und das spricht dafür, dass wir unser genetisches Kommunenerbe, Gruppengemeinschaftserbe noch in uns haben. Ja, aber ernsthafte Gemeinschaften gibt es natürlich eben bis jetzt noch nicht. Die unsere Gemeinschaft Köln-Süd hat ja dann auch mangelnden Zustrom, weil wirklich ernsthaft anders leben als im Kapitalismus schaffen zum Beispiel die meisten Frauen auch gar nicht. So, dann schauen wir uns mal weitere Bilder an. Ja, das Wahlbündnis, da kann ich auch noch mal einen Blick drauf werfen hier. Wahlbündnis, wo ist es denn? Da haben wir das Wahlbündnis. Ja, da haben wir doch jetzt diese Verbildlichung drin, da hat sich doch gezeigt, dass es außerhalb dieses Wahlbündnisses ein Beispiel für ein Wahlbündnis gibt. Deswegen habe ich mal ein paar Beispielfotos zur Verfügung gestellt und denen geschickt. Und die sind jetzt auch alle hier drin. Nämlich, dass hier die Klimaliste wohl auf ihre Wahlteilnahme verzichtet hatte und ihre Fans aufgefordert hat, am 15. Mai die Linke zu wählen, hat aber trotzdem nur für 2,1 Prozent gelangt, weil da eben nicht 100 Gruppierungen und Denker und Parteien eine Rolle spielten, was vielleicht 10 Prozent ermöglicht hätte, sondern nur eine Unterstützungsgruppierung. Und so haben wir da jetzt überall diese Fotos drin. Da gibt es da alles auf dieser Wahlbündnisseite. Und denn die Partei des Gemeinwohls, hier, wo ist sie, ist ja eben auch schon, hier steht es ja, auch wir nehmen teil am Wahlbündnis ARD und ZDF-Öffnung für uns. Unsere letzte Hüft-Offnung GWÖ-GWO-Kombi. Ja, aber was hat uns alle so ruiniert? Wie haben auch die Parteien uns alle ruiniert? Wie ruinieren sie Deutschland? Wie ruinieren wir alle zusammen Deutschland? Denn es sind ja nicht nur die Parteien alleine. Wir sind ja alle durchdrungen von dieser Marktwirtschaft, von diesem Kapitalismus, der uns allen schadet. Ja, schauen wir doch mal weiter. Ja, das sind jetzt, ja, deswegen, also die GWÖ-GWO-Kombi finden Sie ja auch auf der Homepage www.weltrat-und-next-scientists-for-future.de finden Sie ja auch da alles Weitere. Und diese Kombi, darauf müssen wir im Moment setzen. Die GWÖ hat es immerhin schon zu einer gewissen Weltberühmtheit geschafft, die Gemeinwohlökonomie nach Attac-Gründer Christian Felber, Attac-Österreich-Gründer Christian Felber und die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die ältere Schwester, die reifere Schwester von Weltrat und Next Scientists for Future. Wenn man das kombinieren würde und erst mal eine Kombinationsdiskussion überall führen würde, dann könnte uns das retten und könnte uns die Lösung bringen. Jetzt muss ich wieder hier gucken, wobei habe ich wieder falsch geklickt. So, und dann, ja, weitere Fotos von mir. Ja, das ist eben unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Ja, dann hier, das ist ja diese Homepage, wo es darum geht, diese Kommunen- und Gemeinschaftslinie weiter zu verfolgen. Die polyarmore, bisexuelle, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppen-Ehe erscheint mir ja nach Sichtung der Naturwissenschaften über Jahrzehnte hinweg als die glücklichstmöglichste Lebensform, zu der ich gerne wieder zurückkommen würde. Das bedeutet aber nicht, dass Sie dahin wieder zurückkommen müssen, denn der Kapitalismus, die Marktwirtschaft hat Ihnen ja ganz viel Angst vor diesem Gedanken gemacht. Also, Sie werden höchstens mal erleben, dass der Hausarzt anspricht, dass es jetzt diese Möglichkeit des Gemeinschaftslebens und des Kommunenlebens unter der Anleitung Ihrer Hausarztgesundheitsgemeinschaft jetzt gibt, sozusagen. Aber mehr wird, wenn Sie sich dann dafür nicht interessieren, weil Ihnen vielleicht der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, eher Angst vor solchen Gedanken gemacht hat, dann brauchen Sie sich auch nicht weiter damit zu beschäftigen. Aber ich werde dann Hurra schreien und werde sagen, ja, ich bin sofort dabei. Ja, und dann, ja, und dort werden wir dann auch Kommunen bekommen in einer wirklich guten Qualität. Ja, so. Dann haben wir wieder nur verschiedene Fotos von mir, damit Sie nicht sagen können, Sie können mich nicht sehen. So, dann haben wir ja gesagt, ja, das ist das Verrückte, dass wir im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, alles, was hübsch aussieht und viel Geld dafür hat, sie optisch zu beeindrucken, wahrscheinlich auch immer Unwahrheit ist und sie manipuliert und sie einer Gehirnwäsche unterzieht. Und nur das, wo kein Geld drinsteckt, das kann Ihnen auch Wahrheit bringen und eben in Weltrat Next Scientists for Future, das ist ja die einzige nicht korrumpierbare Instanz, die von außen keinen Cent annimmt, sondern nur interne Spendengelder verwenden darf von den Mitgliedern des Weltrates und so weiter und dadurch also letztendlich keinerlei Beeinflussung besteht. Außerdem, der Weltrat hat mehrere Mechanismen, wie er die einzig unkorrumpierbare Instanz der Welt ist. Dann haben wir hier das Weltratforum, ja, Weltrat der Weisen, Weltrat, ja, danke, aber wie, da müssten Sie das auch direkt ergoogeln können, ne. Dann hatten wir, das gestartet wurde ja das New World Economic Forum, weil sich das Wirtschaftsforum Davos, das World Economic Forum ja als ein gemeingefährlicher Club von Weltzerstörern erwiesen hat und da auch nicht mit aufhören möchte und sich nicht öffnen möchte für Ansätze, die sagen, Leute, ihr liegt alle falsch. Nur die GWÖ-GWO-Kombi und die GWÖ-GWO-Diskussion kann die Welt retten und nicht euer neoliberaler Quatsch, ne, oder Unfug. Gut, aber die wollten so bleiben und dann lassen wir die auch so verrückt bleiben. Ja, in der Schrot und Korn war ja dann auch der Artikel über die Gemeinwohlökonomie wenigstens, das gute Gespräch mit der Journalistin, die sich auch geöffnet hat für den Gedanken GWÖ-GWO-Kombi. Dann hatten wir hier in dem Trend.at, Trend.at im Manager-Magazin Österreichs, ja, den Bericht, das Interview mit mir und zwei der damaligen Weltrat-Professoren und hier da ein Bericht in Lazarus Pflegenetzwerk über den Weltrat und hier der, ja, kleine Bericht von der Bild-Zeitung Köln über unser 900 Milliarden Euro, sieben Jahre Plan für das Klima, unser Angebot an Fridays for Future, das auch eben keine Reaktion auslöste, weil man eben, weil eben NGOs vielleicht eben nicht die Lösung des Problems sind, sondern das Problem sind, Teil des Problems sind, als dass sich ja Fridays for Future die Orga-Leute herausgestellt haben, dass es da nur um Problemvergrößerung und Problemverlängerung geht, ja, und hier auch Frau Dr. Franz Alt mit der Sonnenseite, mit dem Artikel über den neuen Weltrat, da können Sie das direkt anklicken, dann eben über Google und so weiter können Sie das ja alles finden. Dann hier der Wall Street Online-Bericht, holen Greta die 900 Milliarden ab, dann da der große, großer Bericht darüber, wie zum Beispiel solch eine ideale Konferenz, vielleicht sogar mit Kanzler, mit hochrangigster Politik hätte ablaufen können und zu einem neuen, ja, Deal über alles hätte führen können. Ja, die Partei des Gemeinwohls, die also die GWÖ-KWO-Kombi als Weltrettung ja als Thema auch hat und aber noch viel zu wenig Manpower hat hier die Flyer, die mittlerweile mit sehr schönem Papier auch gemacht werden, aber immer noch im Billigmodus natürlich bleiben, obwohl natürlich jeder einzelne Flyer dadurch viel teurer ist, jeder kostet 30 Cent, aber wir haben ja nicht diese Abgabezahlen, ja. Ja, dann, ja, hier die ganzen vielen Möglichkeiten, die wir aus Weltrat und Next Scientists for Future haben, um eben eine gesunde, glückliches Leben für uns alle zu erzeugen. Hier noch einmal schon mal vielleicht das Bild, was alles erklärt. Und ab dem ersten Tag der Erfindung des Tauschhandels war es dann also so, dass damit die ersten Sparten entstanden, die Frühhändler und später dann auch die Frühärzte und so weiter. Und das waren dann schon die ersten Sparten der Gesellschaft. Und die hatten plötzlich überhaupt kein Interesse daran mehr, dass wir glücklich leben und möglichst wenig Konsum brauchen, sondern die hatten ein vitales Interesse daran, dass wir so schnell wie möglich, oder eine Gewinnmöglichkeit, das war kein Interesse, sondern das wäre ja ein bewusster Vorgang. Man muss immer aufpassen mit bewusst und nicht bewusst. Schluck Wasser. Es eröffnete sich einfach die Nische, die ökologische Nische in der Evolution, dass wenn es irgendwie durch irgendwelche Irrtümer der Frühhändler gelingen konnte und der Frühärzte gelingen konnte, die Menschen hin zu manipulieren zum Unglück, ohne dass es die Frühhändler selbst gemerkt haben. Das heißt also, die Irrtümer, sie entwickeln Irrtümer. Irrtümer entstehen genauso wie Mutationen im Gengut, entstehen in unserem Memengut, also unserem Gedankengut oder Gedächtnisgütern, entstehen automatisch auch Irrtümer. Also unser Gehirn ist irrtumsanfällig, unser Genbestand ist mutationsanfällig. Und so hat die Evolution eben veränderungsfähige Räume geschaffen. Denn ohne Veränderung gibt es keine mögliche Anpassung an Umweltveränderungen oder an neue ökologische Nischen, die betreten werden können und plötzlich erreicht werden können und so weiter. Also eine Einpassung in neue Dinge hinein kann immer nur geschehen, wenn Veränderung möglich ist. Also sind Gehirne immer fähig zu Mutationen und dabei auch zu Irrtümern, zu Wahrheiten und zu Irrtümern. Und dabei können auch Irrtümer entstehen. Und wenn dann eben Irrtümer entstehen, dann glaubt ja der Frühhändler, das sei eine Wahrheit, sonst wäre es ja kein Irrtum. Ein Irrtum ist ja immer gekennzeichnet davon, dass ich ihn für eine Wahrheit halte, aber er faktisch eine Unwahrheit ist. Das ist die Definition eines Irrtums. Die Lüge wäre, dass ich also erkenne, dass etwas eine Unwahrheit ist und diese Unwahrheit aktiv einsetze, um ganz bewusst andere zu manipulieren. Aber der Mensch hat eben auch diese Möglichkeit des Irrtums, also selbst etwas für wahr zu halten, deswegen im Brusttone der Überzeugung auch absolut überzeugend und ohne jede Spur eines schlechten Gewissens nach außen zu pumpen. Und wenn solch ein Irrtum zufällig die anderen dazu manipuliert, also uns Menschen alle dazu manipuliert, unglücklicher zu werden, einsamer zu werden, Single-mäßiger zu werden und kaufsüchtig, konsumsüchtig, shopping-süchtig, urlaubsüchtig, alkoholsüchtig, zickersüchtig, tabaksüchtig und so weiter, süchtig, süchtig, süchtig zu werden, dann schauen Sie gerade mal runter, zum Beispiel auf Ihren Bauch, Wenn Sie auch schon zu dem überwiegenden Teil der Menschheit gehören, der also einfach Übergewicht hat, denken Sie noch mal dran, dass alle naturwissenschaftliche Forschung bestätigt hat, dass bei allen Tieren und Menschen nur die Superschlanken wirklich alt werden und niemand sonst. Und dann wissen Sie, dass Sie schwer krank sind. Und ich kämpfe auch gegen diese Krankheit jeden Tag und ich habe jetzt immer noch vier Kilo zu viel. Und ich kämpfe und kämpfe, ich kämpfe um mein Leben, weil ich genau weiß, diese vier Kilo können mich töten. Jederzeit. Und das sollten Sie sich aber auch klar machen. Und wenn Sie super schlank sind, aber das nur erreichen, weil Sie zum Beispiel rauchen, dann machen Sie sich klar, dass Sie natürlich den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Vielleicht sterben Sie dann schneller am Rauchen als an dem Bauchfett oder an dem Übergewicht. Also es ist, ja. Und Sie sind vielleicht durch das Rauchen wiederum auf eine andere Weise unattraktiv. Sie sind zwar einerseits sexy, weil Sie naturgemäß schlank sind. Auf der anderen Seite sind Sie aber wieder vielleicht stinkend durch das Rauchen. Das ist, ja. Und, ja. Also insofern ist das alles so eine Sache. Also deswegen sollten wir über die GWÖ-GWO-Kombi ganz raus aus der Sucht. Ja, und diese vorteilbringenden Irrtümer, VIs, VIs, ja, und so weiter. Ja, und dann haben die Frühhändler, die wurden jetzt quasi durch für ihre Irrtümer, die sich als für uns manipulierend herausgestellt haben, haben uns dazu gebracht, dass wir mehr gekauft haben. Dadurch hatten die Frühhändler viel Erfolg und konnten dann durch ihre Wirtschaftskraft, lange bevor es Geld gab, waren das dann Gütergeschenke, aber heute sind es auch Geldgeschenke und so weiter, kommt es zu einem Geldfluss. Wir haben ja gerade wieder erfahren, wie riesig Parteispenden besonders auch an die CDU immer gehen von Seiten der Wirtschaft, ja, weil die eben, weil die Wirtschaft sich in dem Irrtum befindet, ihnen täte das gut, wenn es immer weiter so ginge mit diesem grausamen sozialen Marktwirtschaft und kapitalistischen System, also mit diesem grausamen sozialmarktwirtschaftlichen System, das uns alle zerstört. Und jetzt fließen also heutzutage eben Geld und vorteilbringende Irrtümer in den Rest der Gesellschaft und natürlich formt sich alles. Unsere Gehirne werden gewaschen mit den ganzen vorteilbringenden Irrtümern aller verschiedenen Sparten, besonders auch der Bürokratien und der Behörden und all der Nicht-Wirtschaftssparten sozusagen, die sind viel gefährlicher noch. Und wir werden alle Gehirn gewaschen, überall, überall, über die Spielfilme, über die Medien, über die Nachrichten, über die Politik, über die Parteien. Alles ist voll von diesen, verseucht von diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und je reicher eine Sparte ist, desto mehr kann sie auch noch mit Geld die Ausbreitung der vorteilbringenden Irrtümer multiplizieren. Und so strahlen immer mehr diese Irrtümer in unser aller Köpfe aus und zerstören unser Leben. Und das zerstört Deutschland. Deutschland wird ja gradisch. In den letzten Jahren wurden wir ja alle immer ärmer gemacht. Wir sehen das jetzt an den explodierenden Preisen für alles und dass wir viele Dinge gar nicht mehr kriegen. Viele Sachen sind auch gar nicht mehr lieferbar. Güte, ich merke es vor allem daran, dass mein billiges Rapsöl gar nicht mehr lieferbar ist. Jetzt habe ich wenigstens zwei Flaschen Sonnenblumenöl. Vorsicht, Sonnenblumenöl beim besten wohl nicht zum Braten verwenden. Das kann wohl krebserzeugend sein. Gibt jedenfalls diesen Verdacht. Also ich nehme es nur unerhitzt zu mir. Ja, und ansonsten, auch das Leinöl ist mittlerweile vergriffen und so weiter. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was. Also das heißt, wir erleben jetzt die DDRisierung Deutschlands gerade schon. Ja, weil eben diese Prozesse, die soziale Marktwirtschaft am Ende immer zur Verelendung führt. Sie muss nicht immer die soziale Marktwirtschaft über solche sichtbar deutlicheren Erscheinungen wie Adolf Hitler dann in ein zerbombtes Deutschland führen. Ja, sondern das geht auch so. Wir können auch so wie jetzt uns alle zerstören, die soziale Marktwirtschaft. Und sie macht das immer wieder, weil sie ist eine Menschheitskrankheit. So, dann gucken wir doch mal weiter, was uns die Bilder noch sagen können. Ja, jetzt sind wir eigentlich, jetzt können wir nochmal in die Geschichte zurückgehen. Also wir untersuchen ja die letzten 13, als Naturwissenschaftler, die letzten, und der Weltrat behebt ja den Anspruch, die einzige echte Weltspitze der Wissenschaften und besonders der Naturwissenschaften, aber auch aller Wissenschaften zu sein. Wir untersuchen ja die letzten, oder haben im Blick die letzten 13,8 Milliarden Jahre, die letzten 10 Milliarden Jahre dieses Universums mit der Entstehung der Galaxien, der Entstehung unseres Sonnensystems vor 5 Milliarden Jahren, der Entstehung des Lebens irgendwo zwischen 4 und 3 Milliarden Jahren und dem Aussterben der Dinosaurier vor ca. 65 Millionen Jahren, also 0,065 Milliarden Jahren. Dann sind wir im Bereich der Millionen Jahren und da ab da dann der Aufstieg der Säugetiere, sodass wir dann vor 13,8 Millionen Jahren schon auf den Bäumen die menschenähnlichen Lebewesen, Säugetiere haben sozusagen und die sich immer weiter entwickeln, sodass wir dann vor ca. 5 Millionen Jahren den aufrechten Gang ungefähr entwickelt haben, vor 4 Millionen Jahren den entscheidenden Umbau von der Gorillaartigkeit, Löwenartigkeit, Gorillaartigkeit, Orang-Utanartigkeit, Orang-Utans, Männer vergewaltigen Frauen, keine schützende Sozietät, Orang-Utans und Löwen, Gorillas und Löwen, Gorillas stehen auch unter dem von uns jedenfalls geäußerten Verdacht, dass sie ebenfalls nach der Rivalentötung eventuell auch in der Lage sein könnten. Das müsste man jetzt noch mal filmen, wenn man das jemals filmen könnte. Weil es kann ja sein, dass Gorillas so lange Rivalenkämpfen aus dem Weg gehen, wie sie wissen, dass Kameraleute in der Gegend sind oder so, in der Nähe sind, weil sie keine Irritation bei solch einem lebensgefährlichen Manöver gebrauchen können. Dass wir also die Orang-Utans, die gar keine Schutzsozietät haben, und die Gorillas, dass die vielleicht dann auch andere Gorillamänner wie die Löwenmänner vertreiben oder gar töten mit ihren riesigen Eckzähnen, die sie ja mit den Löwen gemeinsam haben. Wobei die Gorillas die überhaupt nicht zum Jagen brauchen, weil sie reine Nichtjäger sind sozusagen. Sodass man daran sieht, dass die Eckzähne bei den Männern auch in erster Linie nur für den Rivalenkampf da sein können. Nur als Waffen, ja. Und Kampfwaffen. Und dass also dann die Gorillas sozusagen und ja dann auch eventuell die Gorillamänner, die Babys der eroberten Frauen, der eroberten Frauen oder dazugewonnenen Frauen durch den Rivalenkampf dann töten, um möglichst schnell vielleicht Vater eben auch der nächsten Kinder dieser Frauen dann zu werden. Und dass dann die Gorilla-Frauen, dass denen auch nichts anderes üblich bleibt wie bei den Löwen, die Mörder ihrer Babys zum Sex aufzufordern, wenn sie in der Evolution weiterhin mitspielen wollen. Und das wollen eben die Gorilla-Frauen dann genauso wie die Löwen-Frauen. Ja, und diese etwas grausame Welt, des Säugetier-Daseins und des menschenähnlichen Daseins haben wir dann verlassen. Die Schimpansen haben es nicht verlassen. Die sind in eine brutale Linie, haben sich entwickelt. Aber die Bonobos haben sich in eine... die Bonobo-Artigen und dazu zähle ich eben uns menschenähnlicher auch, die ich ja als Savannen-Bonobos bezeichne. Also hier waren wir alle dann noch so die Evolution Richtung Urwald-Bonobo-Artiges. Aber hier so vor fünf Millionen Jahren in der Zeit, in der sich allmählich der aufrechte Gang entwickelte. Anrufrichter Gang heißt, wir wurden vom Urwald-Bonobo-Artigen oder in der Vorbereitung, also vom Urwald-Artigen auf jeden Fall erst mal zum Savannen-Bonobo-Artigen, während es eine Linie gab, die im Urwald blieb. Und das sind eben die heutigen Bonobos auch. Und vor vier Millionen Jahren hatten wir dann als Savannen-Hominiden, also menschenähnliche, Savannen-Menschenähnliche, uns dann in die Savannen-Bonobos verwandelt, weil wir auch die Exene verloren haben, abgeschlossen vor circa vier Millionen Jahren. und dadurch unser System sich von dem brutalen Orang-Utan, Gorilla-Löwen-Artigen hin zum Sozialsystem. Wir Männer schenken alles den Frauen und Kindern und werden belohnt, indem die Frauen uns unsere Liebe auch gemäß dem Ausmaß unseres Schenkens zurückschenken sozusagen. Und dass solch ein Sozialsystem, in dem wir dann überhaupt nicht wissen, wir Männer zum Beispiel nicht wissen, wer der Vater welches Kindes ist, dadurch kommt es zu keinerlei Kindstötungen mehr und all diese Brutalitäten hören auf, was aber nicht bedeutet, dass die Frauen ihr Recht verloren hätten, das Naturrecht, alles hochentwickelnden Lebendigen, nämlich das, was die linke Frauenemanzipation ja zu Recht verteidigt, ja, es gibt auch bei der nicht alles ist unrealistische Linke, es gibt auch viel realistisches Linkes, ja, und die Frauenemanzipationsbewegung hatte eben ja, letztendlich ja, letztendlich da eben Recht mit mein Bauch gehört mir, ja, wir sehen ja auch Hinweise, dass auch im Mittelalter bevor quasi durch die Hexenverbrennung den Frauen und den weisen Frauen sozusagen die Abtreibungsmethoden, die damals zur Verfügung standen, weggenommen hatten und ausgetrieben hatten durch Hexenverbrennung, dass also auch es wahrscheinlich dann auch schon einfache und naturgemäße Abtreibungsmethoden gab, aber auch das Naturrecht jeder Frau sozusagen mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir, es gibt ja diese Hinweise, dass es ein biologisches Fenster kurze Zeit nach der Geburt gibt, in der Frauen in der Lage sind, sich dann von Kindern zu trennen, wenn sie für das Kind, für sich selber, für die Gemeinschaft größeres Leiden erwarten, dann nehmen sie das kleinere Leiden in Kauf, setzen die Babys aus, was natürlich dann auch durchaus zu einem schmerzhaften Tod führen kann, wenn ich mir vorstelle, dass die dann vielleicht doch irgendwann vor Hunger schreien und dann Raubtiere anlocken und dann gefressen werden und so weiter, dann wird das sicherlich auch zu Schmerzen führen, wir Menschen könnten das natürlich mit palliativ, also mit Schmerzverhinderungsmitteln, vielleicht durch Einmassieren von glückselig machenden Dingen verhindern, aber wenn wir sozusagen aufhören, diesen Naturschutz, dass die Frauen entscheiden und die Überbevölkerung verhindern, durch mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir und mein Kind gehört mir, möglicherweise müssen wir sogar so weit gehen, dass wir sozusagen Kinder bis zu einem gewissen Lebensjahr, vielleicht sogar bis zum 16. Lebensjahr oder sogar bis zum 18. Lebensjahr in der alleinigen Entscheidungshoheit der Mütter belassen, weil die Mütter sind sozusagen die Anwälte dessen, die dafür sorgen, wenn das Kind leidet unnötig, die dann sich entscheiden können, nur noch palliativ, also nur noch schmerzverhindernd und leidensverhindernd verhindernde Betreuung zu wünschen, was ja dann in der GWÖ und GWO Kombi gehen würde, weil jetzt würden natürlich die Ärzte sich dagegen wehren, weil sie natürlich aus jedem Menschen möglichst viel Geld herausholen müssen und deswegen dann eine vorteilbringende Irrtümer Medizin, Ethik, Wahnvorstellung entwickelt haben, nämlich sie müssten alles Leben um jeden Preis retten, auch wenn damit das Leben noch mehr leidet als vorher, Hauptsache das Geld ist auf ihrem Konto sozusagen und diese Dynamik wollen wir ja durchbrechen, diese gemeingefährlichen Ethiken, die ausschließlich aus vorteilbringenden, also profitbringenden Irrtümern bestehen und aber dann in der GWÖ und GWO Kombi, da können sie als Mütter wieder ganz allein entscheiden und vielleicht sollte man den Müttern bis sogar vielleicht bis mindestens 16. 18. Lebensjahr die Erlaubnis geben, dass sie ganz allein darüber entscheiden, ob ein Kind lebt oder stirbt und da den Frauen einfach nicht reinreden, weil jede Frau will Kinder hinterlassen mit guten Chancen auf weitere Generationen, weil jede Frau will ihre eigene DNS in die Zukunft schießen und jede Frau weiß, welches Kind aus ihrem Mutterleib gekrochen ist, was also auch eben wenigstens 0,5 ihrer Gene trägt, ihrer wichtigen Gene trägt, also hohe Mengen an eigenen Genen und besonders der wichtigen Gene auch 0,5 trägt und mehr kann sie nicht in die Zukunft pumpen als das, also wir können uns sicher sein, dass Frauen das richtig verwalten und wir können es den Frauen überlassen, was sie da entscheiden und so weiter, wir müssen ihnen also wieder das völlige Naturrecht geben, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir, also von den naturbelassenen Abtreibungsformen, Verhütungsformen, Abtreibungsformen, unschädlichen, also ich empfehle natürlich eher dann unschädlichen naturbelassene Verhütungswege, Abtreibungswege, Neugeborenen, Lebensbeendungswege, natürlich idealerweise dann alles schmerzfrei, also völlig ohne Schmerzerleben, denn das ist das oberste Anliegen für mich als Naturwissenschaftler, wie kann ich die Menge des Leidens reduzieren, während das Anliegen der Gesundheitssparten im Kapitalismus ist, wie kann ich das Leiden der Menschen vergrößern und dabei aber selbst die eigenen Profite maximieren, egal wie viel Leiden ich damit vergrößere, das ist also das für die für die Gesundheitssparten spielt es keine Rolle das Leiden unendlich zu vergrößern und zu vermehren und zu multiplizieren sondern das bringt ja sogar dann noch größere Gewinne und Profite und Vorteile und aber wir als Naturwissenschaftler haben natürlich nur ein Ziel wie können wir die Menge des Leidens in der Welt reduzieren und wie können wir die Menge des Lust der Lebens und des Glücklichseins maximieren das Leiden könnte man reduzieren wenn die Menschheit sofort alles einfach aussterben würde aber dann hätten wir auch das Glück minimiert wir wollen das Glück maximieren und Lebenslust Lebensfreude maximieren und das Leiden und den Schmerz minimieren und das sollten wir den Frauen überlassen mein Bauch mein Neugeborenes mein Kind gehört ganz allein mir und da hat niemand irgendwas rein zu reden und dann werden die Frauen es auch schaffen dass wir aussteigen aus der Überbevölkerung Frauen werden sagen was soll das wenn ich mein Kind mein Kind hat in der jetzigen Situation eigentlich nur Leiden zu erwarten und wird keine Chancen zu dem haben zu den glücklicheren und erfolgreicheren zu zählen und so weiter und dann lasse ich dieses Kind nicht leiden das hat überhaupt keinen Sinn dass ich mich für dieses Kind entscheide sondern ich entscheide mich gegen dieses Kind und das werden dann auch die Mütter tun und entsprechend dafür sorgen und ein Staat kann das mit der GWÖ Kombi noch so unterstützen dass er eben die ja da komme ich gleich danach hier noch dazu dass er eben auch auf jeden Fall nicht den Fehler macht zu sagen hier liebe gescheiterte Frau wir überschütten sie jetzt mit Geld wenn sie uns noch lauter scheiternde Kinder in die Welt setzen das das macht keinen Sinn so gehen wir mal weiter die Millionen Jahre dann hatten wir vor 2,5 Millionen Jahren ja die Erfindung der Technik mit den ersten Steinmessern und Steinhämmern und deren Fertigung weil wir Savannen Bonobos ja die Hände frei hatten die konnten sich spezialisieren und freimachen von der Aufgabe der Kletterfähigkeit und Baumfortbewegungsfähigkeit in die reine Technik kann sich umwandeln weswegen wir dann auch mit dem besseren Zugang zu Steinbrüchen in der Savanne eben die Technik Bonobos werden konnten damit auch und dann vor 2 Millionen Jahren ja da nochmal ein Meilenstein nachdem sich da ja schon die Eckzähne an verschwunden waren die Kampfeckzähne Rivalen Kampfeckzähne der Männer verschwunden waren und ein liebevolles eifersuchtsfreies Rivalen kampffreies Fortpflanzungssystem sich bei uns Savannen Bonobos genauso wie bei den Bonobos entwickelte dann glichten sich auch immer mehr die Körpergrößen zwischen Männern und Frauen an und näherten sich stark an nochmal so vor circa 2 Millionen Jahren wo man auch ungefähr Homo erectus veranschlagen kann aber wie gesagt ich nenne das ganze ja alles Savannen Bonobos wobei man so dann also Romo Paniscus Mercantilis kommt ja dann hier kommt erst hier dann also bleiben wir erstmal beim Savannen Bonobo und hier vor 1,7 Millionen Jahren müsste ungefähr der Fellverlust so langsam sein sodass wir immer deutlicher diese Evolution weg von dem Urwald Bonobo Richtung Savannen Bonobo immer weiter lief sozusagen jetzt wurden wir immer Savannentauglicher wegen der Schwitzfähigkeit der Kühlungsfähigkeit und so weiter und dann vor 400.000 Jahren ja die Erectus Sapiens Wende also von Homo erectus zu Homo Sapiens ich nenne das dann also die der endgültige Übergang zum Tauschhandel Savannen Bonobo die Erfindung von Tausch und Tauschhandel und damit das was ich vorhin schon geschildert habe die totale Verkehrung der Dinge wir hatten dann also vor 400.000 Jahren rot jetzt hier 400.000 Jahren also die Evolution Richtung der ersten Frühhändler und später Frühärzte die ja dann erst später kam was haben wir dann hier so vor 300.000 Jahren ja gibt zum Beispiel ja ein Forscher schon an dass hier sogar schon der Ferntauschhandel gewesen sein soll Professor Friedemann Schrenk ja eher erst mit vor 140.000 Jahren und ja dann ist das die 1 dann ist es 1,5 150.000 Jahren 140.000 Jahren ja vor 170.000 Jahren vielleicht ja schon der Beginn des Schamanismus und der religiösen frühärztemäßigen Evolution sozusagen dann begonnen hat vor 150.000 Jahren spätestens dann der Ferntauschhandel und dann ja vor 100.000 Jahren circa die das Verlassens Afrikas also dass wir Samannen Bonobos uns dann auch über den ganzen Welt anfingen auszubreiten vor circa 100.000 Jahren und ja und dann vor 10.000 vor 40.000 Jahren ja nochmal vielleicht die große Wende Anbahnung von Geld vor Formen Frühformen und da und Beginn des Kippens das Gehirn der Gehirngröße also zeitgleich kippte wohl auch dann dass wir anfangen und fingen uns durch den Tauschhandel zurück zu evoluieren dümmer zu werden bis dahin war die Wachstumskurve unseres Gehirns nur noch langsam angestiegen aber dann vor 40.000 Jahren war der Kipppunkt erreicht und seitdem werden wir immer dümmer angeblich haben wir seitdem schon circa 150 Milliliter Gehirnsubstanz wieder zurück evoluiert der Kapitalismus macht also führt zu Evolutionsverläufen in Richtung wieder kleinere Gehirne weil er eben wie gesagt uns alle verrückt macht mit den ganzen vorteilbringenden Irrtümern und wahnsinnig macht eben weil die Sozialspatler eben nur viel Kundschaft haben können wenn die unfähigen Frauen Massen an Kindern in die Welt setzen und dadurch entwickeln sich automatisch da die unfähigen Frauen auch durchschnittlich kleinere Gehirne haben entwickelt sich natürlich die Evolution auch wieder in Richtung vieler unfähigerer Gehirne so und dann haben wir jetzt hier Schluck Wasser vor 10.000 Jahren dann der Durchbruch bei Ackerbau und Viehzucht und das Aufkommen der ganz großen Seuchen weil damit natürlich mit Ackerbau und Viehzucht natürlich nochmal eine Explosion der krankmachenden Ernährung der Kunstnahrung denn der Mensch war ja über all die Millionen von Jahren gar nicht auf irgendwie Massenanbau von monokulturell angebauten verzüchteten Sorten und so weiter geeicht und wir wurden deswegen alle natürlich dann anfällig und immungeschwächt für Seuchen und so und durch diese ganze Immunschwächung war dann auch so etwas wie Corona oder Grippeanfälligkeit überhaupt erst möglich geworden also diese das ist alles zu verdanken dem Tag als vor 400.000 Jahren irgendwann der Tauschhandel erfunden wurde und der erste Frühhändler die erste Frühhändlerin oder erste Frühhändler der Evolution auftauchte und diese diesen Lebensweg einschlug ja das war dieses Bild mehr ist auf diesem Bild ja nicht drauf so dann schauen wir doch mal weiter also nochmal hier vor 13,8 Millionen Jahren also das Orang-Utan Gorilla Löwen Artige hier das dann übergegangen war in Richtung das Bonobo Artigen immer mehr die ganze Tendenz Richtung Savannen Bonobo Dasein von uns ja hier Technik Tauschhandels also Erfindung die große Wende die alles verändert hat plötzlich gab es also Gewinnmöglichkeiten durch die Zerstörung unseres Lebensglückes und unserer Gesundheit konnten sich plötzlich Sparten bereichern an uns an dem Elend und auch an den an der Vermehrung der Unfähigen an der Vermehrung der Kranken an der Vermehrung der Unglücklichen konnten sich also an der Zerstörung unserer aller Lebensqualität konnten sich ganz viele Sparten dann bereichern die so nach und nach entstanden und aus den ersten Frühhändlern differenzierte sich das immer weiter aus in immer mehr Sparten also alles arbeitende was heute tätig ist gehört zu bestimmten Sparten und praktisch alles schadet uns so wie die Sparten innere Sicherheit und dafür sorgen dass das Verbrechen sich immer immer mehr belohnt wird sozusagen ja also indem die Polizei Irrtümer hat also die sie ja für Wahrheiten hält die aber in Wirklichkeit Verbrecher ermutigen statt sie zu entmutigen kommt es zu immer mehr Schädigung für uns und wir werden immer unglücklicher aber die Sparte bläht sich auf und immer mehr Karrieremöglichkeiten und immer mehr Polizisten steigen in immer wachsenden Bürokratien auf nach oben und werden höher finanziell dotiert und so weiter ja und dann hatten wir hier dann begann ja ab hier schon die Verlangsamung unseres Gehirnwachstums und das Abbremsen der Gehirnwachstums weil dann irgendwann ja schon Sparten entstanden die auch ein Interesse hatten an der Vermehrung der Unfähigen mit den kleinen Gehirnen weil das ja dann Sozialfälle waren die man betreuen könnte die Sozialsparten die Weltsozialsparten die Arbeitsamtmitarbeiter sind ja da ganz an der vordersten Front die die Profite erzielen können dadurch wenn die Dummen mit den kleinen Gehirnen möglichst viele Kinder in die Welt setzen während in der Natur alles dafür getan wird dass eigentlich nur die fähigsten die Kinder bekommen mit den größten Gehirnen und den größten Fähigkeiten und so weiter ja und dadurch kippte dann die Kurve langsam ab und ging dann bis heute so um 150 Milliliter ging das Gehirn wieder zurück von 1,5 Liter wieder auf 1,35 und jetzt entwickeln wir uns immer weiter zurück wir werden immer dümmer und werden jetzt vielleicht körperlich wird es sein dass wir eher durch die Osteoporose und die vielen Krankheiten immer gebückter laufen werden also nicht weil wir den aufrechten Gang vielleicht jetzt direkt verlieren sondern wir werden einfach so chronisch krank dass wir immer gebückter werden dass wir dann am Rollator da hinschleichen müssen ja ich ich werde ja jetzt auch demnächst meinen Musikwagen ziehen mit einem Elektrorollstuhl hoffentlich wird er sich als stark genug und gut genug erweisen weil ich eben durch zwei Dinge geschädigt wurde durch den Hochleistungssport waren hat man mich nicht gewarnt wie gefährlich es ist mich in dem Hochleistungssport zu überlasten und dadurch eine kleine Herzschädigung zu riskieren das einzige Warnvideo hatte ich vor ein zwei Jahren von der Sporthochschule Köln von einer Professorin der Sporthochschule Köln gesehen die gesagt hat schon wenn sie ein bisschen zu intensiv joggen können sie sich einen Herzschaden zuziehen und sowas habe ich mir dann im Hochleistungssport zugezogen und dadurch ist dann jedes Gramm Bauchfett für mich lebensgefährlich und den Herzrhythmus störend vorhofflimmernd erzeugend womit man angeblich jederzeit tot umfallen kann und ja und deswegen muss ich solange ich diese vier Kilo noch drauf habe muss ich versuchen und vielleicht ist es auch generell gut für mich wenn ich mehr Kraft für den Sport der mich besser lockert für den jetzt locker betriebenen Sport der mich besser durchlockert als das ziehen des Musikwagens zum Beispiel dass ich diese Arbeit an den Elektromotor abgebe und lieber dann mehr Kraft für die Musiktätigkeit habe und die damit verbundene Bewegung und denn wenn ich im Bob Dylan Style auftrete dann bewege ich mich auch durchaus auch auf den Beinen immer wieder und so weiter und ich bin dann auch fitter um dann noch zum Sport zu gehen ohne Vorhofflimmern zu riskieren und ja also wir alle entwickeln uns und ich also durch die Kombination Hochleistungssport Wahnsinn im Kapitalismus der mein Herz vorgeschädigt hat kombiniert mit noch 4 Kilo Bauchfett zu viel und ich muss dazu sagen ich bin ca. 1,92 groß maximal war ich wohl 1,93 groß und mein Herz lief immer nur dann gut wenn ich 66 Kilo hatte ungefähr im Hochleistungssport Bereich 70 Kilo da hatte ich aber 4 Kilo mehr Muskelmasse und ja sie dürfen sich ja nicht täuschen wenn sie weniger Muskeln haben müssen sie noch schlanker werden weil sie können dürfen nicht versuchen Muskelmasse fehlende Muskelmasse durch mehr Fett auszugleichen dann sind sie wieder im Bauchfett Bereich also bei mir sozusagen sagen ich erreiche ich erreiche das von der AOK empfohlene Männer müssen unter 94 Zentimeter Bauch umfang haben wenn es nicht krankheitstreibend sein soll ich erreiche diese unter 94 Zentimeter nur mit 66 Kilo weil sonst einfach zu viel Bauchfett vorhanden ist und also und solange ich das noch nicht schaffe setze ich mich also freiwillig in den Elektrorollstuhl und ziehe damit den Musikwagen und die Musikgeräte und so weiter bin dann ausgeruhter bei Musik und so weiter und riskiere weniger Vorflümern und bin dann auch ausgeruhter wenn ich zum Sport gehe und ja aber eben das ist das was die Menschheit erwartet osteoporotisch verkrümmte degenerierte Körper die dann am Rollator dahin schleichen oder auch im Rollstuhl am Ende landen und so weiter die Freelty die Gebrechlichkeit und das ist alles das Produkt der sozialen Marktwirtschaft das ist alles keine Natur dass die Vorteilbringende Inertümer der Erde zu sagen immer ja das ist alles Natur und und ja und das ist alles ganz normal nein die Ursache für diese Freelty und diese Zerbrechlichkeit der Knochen und alles das ist alles Kapitalismus das ist soziale Marktwirtschaft ja und vor diesem Leiden gibt es nur wollen wir sie bewahren Weltrat Next Scientists for Future mit der GWÖ GWO kombinieren so und jetzt noch einmal hier kann man das auch noch mal schön sehen an der MIMGA der Mimetisch Genetischen Evolutionsanalyse Technik Schluck Wasser also schon der erste Frühhändler für den stellte sich schon diese völlig veränderte Situation dar der Frühhändler der zufällig bei dem ein Irrtum entstand den er natürlich im Brusttone der empfundenen Wahrheit an andere weitergegeben hat und damit auch mit keinerlei verräterischen Zeichen der Lüge weil er diesem Irrtum ja wirklich geglaubt hat während das hier der dann ja vom Aussterben bedrohte sich nicht irrende Wahrheitsträger ist der erste Frühhändler der noch in der Wahrheit ist der ist vom Ausblenden hier vom Aussterben Aussterben Ausblenden bedroht wie es ist hier es ist eine zufällige optische Möglichkeit dass wir das hier Ausblenden zeigen können weil der vom Aussterben bedroht ist spätestens nach ein paar Generationen weil nämlich der hier mit seinem Irrtum wenn dieser Irrtum zufällig die Menschen dazu manipuliert dass ihnen irgendwie Wohlfühlen Gesundheit Glück Schutz vor Kriminalität und so weiter irgendwie geraubt wird dann kann er ihnen mehr verkaufen mehr Konsumgüter verkaufen weil die Menschen kaufsüchtig werden also süchtig gegenüber den Produkten und Dienstleistungen all der verschiedenen Sparten die nach und nach aufkommen und denken sie auch immer an die Behörden dabei und die später ja dann aufgekommen sind die Wohlfahrtssparten aus denen ja die heutigen Sozialsparten wurden und so weiter das Soziale wurde die alle ein Interesse an scheiterndem Leben haben ja und der schon der erste Frühhändler hatte ein Interesse an scheiterndem Leben und alle Irrtümer die uns manipulieren konnten aus dem damals gelebten Bonobo Schenker kommunistischen Gruppen heraus zu kommen zum Beispiel indem man die Sexualität verteufelt hat indem dieser Frühhändler also Irrtümer entwickelt hat dass das irgendwie schlecht und böse sei mit dem Sex indem er uns das pazifistische genommen hat indem er Geschichten erzählt hat eine Gruppe hätte die andere hätte und er hat diese Geschichten dann geglaubt vielleicht hat er nur einen Übersetzungsfehler gemacht und hat wirklich geglaubt das sei eine echte authentische Geschichte eine Wahrheits Geschichte dass seine mit transportierten Steinexte massenhaft abkaufen und er zum Vorläufer der Waffenhändler wird ja also alles was unser Leben zerstörte konnte dann diesem Frühhändler Profite bringen also und allen Sparten nach und nach Sparten Begründern sozusagen Profite bringen sie konnten dadurch viele leibliche nachfahren hier nach dem einen Kind dann auch drei Enkel vier Urenkel und dann ja eine ganze Explosion von nachfolgenden Generationen hochbringen sozusagen und ernähren durch ihren Erfolg als Händler Frühhändler früh also oder Sparten Starter egal welche Sparte ob es die Früharzt Sparte war über den Schamanismus oder dann die Wohlfahrts Sparten Starter und so weiter alle konnten sie dann über diese Irrtümer über die wir dann ja Vorteilbringende Irrtümer nennen parasitäre Meme Killer Viren des Geistes irrationale Kognitionen Vorteilbringende Irrtümer die letztendlich eine Gehirnwäsche Propaganda Manipulation Werbung darstellen die uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen die wir alle mehr oder weniger für Wahrheiten halten weil sie alle auch so überzeugend rübergebracht werden und dann gelang es ja sogar so dass Leute dann bei diesen erfolgreichen lernen wollten das ist dann die Linie der Akademien hier und der Universitäten wo dann auch die dann auch durchseucht wurden mit all diesen Vorteilbringenden Irrtümern und dann in der Marktwirtschaft im Kapitalismus notwendig zu Manipulations Instrumenten statt Wahrheits Instanzen wurden weswegen wir ja Weltrat und Next Scientists for Future haben mussten um wenigstens eine echte Wissenschaftsinstanz in der Welt noch zu haben den einen korrigierenden Faktor in der Welt zu haben und das gilt jetzt für jede Sparte egal ob hier ein Arbeitsamt Mitarbeiter der erste Arbeits Mitarbeiter der Evolution steht der also profitieren konnte indem er mehr Arbeitslose also indem er Vorteil bringt also indem er Irrtümer entwickelte die sich dann als Vorteil bringt erwiesen indem sie mehr Arbeitslose erzeugten dadurch seine Karriere Chancen und Aufstiegschancen sich vergrößerten vorgesetzt werden zu können von mehr neuen Mitarbeitern oder der erste Polizist der dann durch Unterstützung der Kriminellen und durch Ermutigung der Kriminellen statt Entmutigung der Kriminellen vorgesetzt davon zehn neun weiteren Polizisten werden konnte weil ja durch die mehr Kriminalität die Bürger sich nicht anders zu helfen wussten als zu sagen ja da müssen wir doch noch mehr Polizisten einstellen und auch heute ist man noch auf dieser bei den Parteien CDU FDP und so weiter überall auf dieser AfD überall auf dieser Primitiv Denkens Schiene ja einfach mehr Polizei dann kommt auch mehr Sicherheit raus in Wirklichkeit gibt es dann noch mehr Leute die die Verbrecher ermutigen deswegen also und die Lösung ja natürlich muss ich die Lösung kurz skizziert man muss hier einfach hingeben in jede Situation eines jetzigen Polizisten eines jetzigen Sozialspartlers eines jetzigen Arbeitsamt Mitarbeiter einen jetzigen Händler der vor dem ja diese Zukunft auf ihn wartet im Kapitalismus in der Marktwirtschaft müssen wir einfach die Anreize mit der GWÖ Kombi so ändern dass diese hier finanziell abgestraft werden mit ihren Irrtümern und diese mit ihren Wahrheiten alles was mit Wahrheiten zu tun hat belohnt wird ja und dadurch rücken dann entweder geben diese hier ruckzuck ihre Irrtümer auf und übernehmen die Wahrheiten auf jeden Fall rücken alle mit Wahrheiten in diese Position und vermehren sich dann und breiten sich aus und all dieser Prozess Gehirnwäsche Propaganda Manipulation Werbung Vorteilbringende Irrtümer Parasitäre Meme Killer Viren des Geistes Irrationale Kognition all das hört auf und findet ein Ende und wir werden nur noch eine verschwindende kleine Menge an Manipulation und Irreführung in der Menschheit haben und überwiegend in einer Welt der Wahrheit leben und damit wieder zurückfinden dürfen zu unserem natürlichen glücklichen Lebens Ernährungsstil und 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 zu allem wieder zurückfinden dürfen soweit hoffentlich unser Genbestand noch nicht irgendwie grundsätzlich verändert ist auf jeden Fall werden wir zu einer Lebensweise wieder zurückfinden die dem Genbestand egal wie er jetzt verändert ist dem tatsächlichen faktischen Genbestand entspricht und mehr will Naturwissenschaft nicht also wir wollen nicht dass ein früher Genbestand idealisiert und verherrlicht wird alles was früher ist war ist weg sondern entscheidend ist dass jeder Mensch jetzt so leben darf in einer gesunden GWÖ GWO Kombi Gesellschaft also in einer Gemeinwohl Wirtschaft Stadt Marktwirtschaft Wirtschaftsgesellschaft so leben darf wie es seinem Genbestand entspricht und nicht von der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus ständig nur daran gehindert wird seinen beglückenden Lebensstil leben zu dürfen damit es damit man kaufsüchtig damit der einsame kaufsüchtige Single möglichst konsumsüchtig alles konsumiert und dabei die Erde dann in der Folge natürlich auch zu Tode konsumiert damit haben wir mal wieder alles gesagt und ja und eben in der GWÖ GWO Kombi präledieren wir natürlich für den Teil der GWO dass wir die Wohlfühl Stimme als neue Wahlstimme einführen so dass wir einfach der Einfachheit halber dem Wahlleiter nur übermitteln jetzt geht es mir schlechter viel schlechter sehr viel schlechter jetzt geht es mir besser viel besser sehr viel besser also drei sechs verschiedene Stufen Möglichkeiten also dreimal negativ dreimal positiv und daraus dann eben die Verdienstzuschüsse so berechnet werden dass jeder da gehe ich vielleicht nochmal zurück dass quasi ne wo ist es dass jede Sparte hier jeder Sparten Mensch jetzt finanziell abgestraft wird wenn er unser Leben zerstört also unser Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand beschädigt und nicht dann größere Profite macht wie bisher wenn er unser Wohlfühlen unsere Gesundheit unsere Langlebigkeit unseren Wohlstand beschädigt und ja und weil alles eben im Moment unser Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand beschädigt sind natürlich auch die Parteien voll von diesen Schädigungsideen und setzen einfach nur das um was also an Vorteilbringenden Irrtümern so in der Gesellschaft rumschwirren und wie gesagt wir haben dann solche Mittel Hilfsmittel noch also Wohlfühlstimme als Einhilfsmittel wir könnten noch kann können diskutieren über die Gesundheitsaufwand Erwartungskurve den verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand wir können die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens mit einberechnen wir können nachdenken ob wir noch eine Unterstimme brauchen die Sicherheitsstimme um speziell die Sparten innere Sicherheit in den Griff zu kriegen aber das können wir auch über die Wohlfühlstimme regulieren und dann kann man darüber nachdenken und diskutieren ob wir eine Beitragsrückerstand und Sonderbelohnungsprämie tatsächlich einführen die also auch die Leute zum Teilnehmen an den kostenlosen Gesundheitskurs Angebot der Hausarztgesundheitsgemeinschaften zusätzlich motiviert über kleine finanzielle Belohnungs oder Prämienaspekte kann man darüber diskutieren und dann kann man die Steuer- und Abgabenleistung zum Beispiel berechnen mit einbeziehen um zum Beispiel die Leistung der verschiedenen Bildungsrichtungen und der Teamleiterbildung zu bemessen wir hatten ja das Modell Teamleiterbildung als neues Modell entwickelt dass wir gesagt haben wir müssen nicht versuchen Faktoren analytisch die Auswirkungen jedes einzelnen Lehrers auf die Schüler zu entwickeln wir können ganze Bildungslinien machen also genauso wie wir Hausarzt Gesundheitsgemeinschaften da haben wir die Teamleitung und das Team und das Team ist eventuell prozentual dann beteiligt das können die Teamleiter natürlich machen wie sie wollen aber eventuell prozentual beteiligt wenn die Teamleiter viel Geld kriegen kriegen auch die Mitarbeiter mehr Geld könnte man so machen und genauso die Bildungsteamleiter dann würde man nämlich eigentlich immer wieder nur die das Ganze die Bildungsteamleiter irgendwelche hochrangigen Professoren hochkompetenten Professoren die die fähigsten Kinder Kindern Spaß am Lernen bringen bei Machenden Könnenden Lehrer einstellen Professoren einstellen Lehrer einstellen Kita Mitarbeiterinnen einstellen und 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 also die ganze so dass dann als zum Beispiel könnte es dann eine Waldorfschulen anthroposophische Bildungslinie geben mit einem Professor der eben auf Anthroposophie steht eine Linie dann könnte es vielleicht eine Montessori Linie geben und dann ich weiß nicht wie viele verschiedene Bildungsschulen und Konzeptionen es gibt aber all diese würden dann antreten dürfen sozusagen auch durchaus ganz neue Linien und die Eltern entscheiden sich dann die einen entscheiden sich ihre Kinder in diese Bildungslinie zu diesem Teamleiter Geschehen zu schicken und dann haben sie schon was weiß ich von der Kita von der Kinderbetreuung bis bis zum Studienabschluss und zur Betriebs wie sagt man betrieblichen Ausbildung und zur Berufsschule und so weiter alles alles was unterrichtet unterliegt dann diesen Teamleitungen Bildung mit den unterschiedlichen Richtungen und dann können die Eltern auch mal die Richtung wechseln und so weiter und das lässt sich dann statistisch sehr leicht auswerten und zu gucken wie am Ende die Steuer und Abgabenleistung der Absolventen ist und dann sehen wir denn wer den Kindern Spaß am Lernen und an Kreativität an Teamfähigkeit an Gruppenfähigkeit aber auch an Führungsqualitäten und so weiter gemacht hat solche Mitarbeiter werden dann von der Wirtschaft und von den Behörden mit Kusshand genommen werden in der GWÖ GWO Kombi und werden dann eine höhere Steuer- und Abgabenleistung sozusagen an den Staat wieder zurückgeben können und werden in diesem Sinne dann sozusagen und danach richtet sich dann die Belohnung an die Teamleitungen Bildung zum Beispiel also so mit solchen Hilfsmitteln kann man könnte man also mit der in der GWÖ GWO Kombi dann eben die Situation in ein Paradies auf Erden letztendlich verwandeln ja hier noch mal der Überblick ähm äh also wenn wir von Bonobo Schenker Kommunismus reden ja dann meinen wir nicht den Pseudokommunismus DDR Sowjetunion Kuba und all diesen Mist ja oder China und und so weiter China diesen diesen Müll diesen ganzen Pseudokommunistischen Pseudosozialistischen Müll wo ich jetzt mal die soziale Dreigliederung mit dazu zähle von der Anthroposophie ja das gehört für mich alles in diesen Müllbereich äh des Pseudokommunistischen Pseudosozialistischen und dann kommen wir hier in den gesünderneren Bereich nämlich die Gemeinwohlökonomie GWÖ Christian Vellber und dann haben wir hier Gemeinwohlgesellschaft Gemeinwohlwirtschaft GWW Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung da müsste jetzt eigentlich stehen Gemeinwohlwirtschaftsordnung denn das Orientierte wurde rausgenommen und deswegen wurde jetzt GWÖ daraus also Gemeinwohl Wirtschaftsordnung so und dann und und der Leistungs- und Wettbewerbskommunismus es gab ja sogar mal einen Konkurrenzsozialismus als Konzept also das ist das ist alles das Gleiche also das wäre echter Kommunismus nämlich ein Leistungs- und Wettbewerbs- und Konkurrenzkommunismus Sozialismus Gemeinwohl Gemeinwohl GWÖ GWÖ Kombi und so das sind eigentlich relativ Synonyme für die die eher in Worten von Kommunismus und Sozialismus sprechen können sie von Leistungs- Wettbewerbs- Konkurrenzkommunismus Konkurrenzkommunismus und Sozialismus sprechen und die anderen können von GWÖ GWÖ Kombi sprechen das macht keinen Unterschied aber bloß warnen müssen wir vor diesem Pseudokommunismen und Pseudosozialismen die die Linken noch im Kopf haben die die Partei die Linke extrem im Kopf hat und wo die SPD und die Grünen noch unheimlich stark durchzogen sind und die Sarah Wagenknecht mit ihrer Verachtung der Fegen und Reichen die nur zum Hochbesteuern da sind in ihrer in ihren Irrtümern heraus sie ist halt voll von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspatler denn diese dieses Raustreiben der Reichen und Fegen aus Deutschland führt ja dann zur Verarmung des Landes dann haben die Sozialspatler wieder mehr Kundschaft mehr Arbeitslose Obdachlose verwahrlosende Menschen Sucht Kranke und was auch immer und dann können die sich bereichern und die haben halt das Gehirn von Sarah Wagenknecht gewaschen aber auch von der Linken von der SPD von den Grünen während ja wie ich vorhin schon angedeutet habe AfD und Krall Dr. Markus Krall AfD und CDU und FDP Gehirn gewaschen sind von den Alkoholzucker und Tabak und Tabak sparten und den anderen Konsumsucht sparten die natürlich im Moment quasi so ja der Markt reguliert alles und der Markt sorgt schon dafür dass alles nicht so schädlich ist und so weiter und deswegen können wir alles so laufen lassen wie es im Kapitalismus halt läuft und in der sozialen Marktwirtschaft und so weiter ja sozusagen Narrenfreiheit für Alkohol Tabak und Zucker Industrie uns alle süchtig zu machen und krank zu machen und die Gesundheitssparten sagen natürlich nichts dagegen denn davon leben sie dass wir alle krank werden und ja und der das ist dann eben der was ich eben gesagt habe das ist ja dann der neoliberale marktradikale bösartige patriarchale kapitalistische sozial marktwirtschaftswahnsinn für den stehen ja krall afd fdp cdu ne ja damit haben wir das bild auch erklärt ja und hier noch einmal hier können sie selbst mal alle sparten die sie kennen eintragen ja und hier in der mitte ist ein kleiner sparten freier raum weil ja nicht jeder mensch in irgendeiner sparte arbeitet aber durchseucht sind wir alle davon denn jede einzelne sparte durchseucht natürlich all das andere auch wieder mit ihren vorteilbringenden irrtümern so dass wir uns alle gegenseitig unsere vorteilbringenden irrtümer per gehirnwäsche einimpfen und deswegen die gesamte gesellschaft im kapitalismus wahnsinnig ist geisteskranke irre ist und verrückt ist und wir erst dann auf dem guten wege sind sie sind also erst dann fangen erst dann aufzuwachen wenn sie anfangen sich selbst als potenziell verrückten wahnsinnigen geisteskranken verrückten und irren zu betrachten denn dann kriegen sie das richtige verhältnis zu ihrem gehirn denn solange sie rumlaufen und denken sie seien im besitz von wahrheiten sind sie jenseits jeder realität weil es ist höchst wahrscheinlich dass ich bei ihnen zig verschiedene vorteilbringende irrtümer irgendwelcher sparten entdecken würde besonders ihre eigenen sparte mit der sie sich selbst bereichern auf kosten von uns allen anderen und deswegen haben wir jetzt hier nochmal die bilder hier also hier haben wir so eine kritzelei von mir hier die sozial sparten die welt sozial sparten die ngo die also die die produzieren immer mehr armes und hungerndes und leidendes Leben in aller welt und bei allen tieren und menschen und die sozial sparten besonders in deutschland immer mehr leidendes leben besonders viele kinder von unfähigen frauen auf das möglichst viele unfähige scheiternde kinder geboren werden mit immer noch kleineren gehirnen und da kommen wir ja auch nochmal gleich dazu und hier die nahrungssparten gesundheitssparten waffensparten die gerade im moment zuletzt hatten wir ja ein riesen profiter auf kosten der menschheit der gesundheitssparten ja anstatt uns klar zu machen dass unsere ganze marktwirtschaft unsere immunsysteme schwächt und wir deswegen überhaupt in probleme mit so dingen wie probleme überhaupt bekommen mit so sachen wie grippen und und coronas und so weiter anstatt uns da aufzuklären und die wahrheit wahrheiten zu bringen hat man uns natürlich einfach nur produkte verkauft nämlich alle möglichen produkte mit denen es wieder schöne neue milliardäre gab und wir das ganze zu bezahlen hatten und immer noch ärmer wurden und jetzt werden wir ärmer indem wir jetzt mal wieder 100 milliarden und mehr in die waffensparten pumpen ja weil die es mal wieder geschafft haben sozusagen mit ihren anfänglichen geschichten eine gruppe hatten die nachts die andere überfallen und totgeschlagen uns immer kriegsbereiter geistig zu machen wieder damals waren wir nämlich pazifistisch vor 400.000 jahren so wie die Bollobos heute noch pazifistisch sind ja und dann die Alkoholtabak die Alkoholtabak und Zuckersparten ja das sind jetzt die Sparten von Krall FDP AfD und CDU die da die besonders viele vorteilbringende Irrtümer hineingepumpt haben und die Behördensparten generell sind ja brandgefährlich besonders das Arbeitsamt mit seinem Interesse an der Ermutigung hin zur Arbeitslosigkeit und zur Entmutigung des Weges hin zur Arbeit die Wohnungsämter die auch neu gesteuert werden müssen Medien die auch eben davon profitieren wenn sie unser Leben eher zerstören und so weiter Politik Journalisten alles muss neu geregelt werden sie erinnern sich Politik wollen wir ja regulieren mit der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung dass wir endlich wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand und Wohlstand und Wohlstand der Bewohner und Wählerinnen des Landes zum Maßstab für die Karrieren der Politiker machen dadurch kriegen wir Menschen endlich Vergleichsmöglichkeiten während wie können sie sagen ob es uns in NRW in den letzten vier Jahren jetzt wo gerade Wahl war ob es uns in NRW in den letzten vier Jahren besser gegangen wäre mit einer SPD grüne Regierung als mit was weiß ich CDU FDP war es glaube ich gewesen ich weiß es nicht genau also das heißt wir wissen doch gar nichts ja aber mit der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung würde das alles offensichtbar welche Landesregierungen wirklich Menschen nutzen dadurch müssen wir natürlich die Landesregierung eigentlich müssen wir stückweit das sozusagen das die Bundestagsabgeordneten in die Landesparlamente umsiedeln lassen und die Landesparlament Leute in die solange wir noch das kommunale ich würde ja das kommunale ehrlich gesagt abschaffen es reicht dann es reicht wenn wir Landesregierungen haben die sich dann ja auch wirklich zuständig für jedes Stadt und jedes Dorf fühlen werden zum ersten Mal richtig also auf jeden Fall müssen wir dann können wir müssen wir einen Teil der Landtagsabgeordneten großzügig finanziell entschädigen und sie ja in die Pension schicken oder in den Vorruhestand oder was auch immer oder auf jeden Fall müssen wir sie mit goldenen Handschlägen verabschieden also wir müssen die Bundestagsabgeordneten in die Landesparlamente rein damit wir auch dann sozusagen die vermeintlich zumindest besten Politiker in den Landesparlamenten haben weil dann ja die Landesparlamente quasi Bundeshoheit kriegen ja jedes Land ist da hat dann seine eigene Bundesregierung die heißt dann halt Landesregierung also das ist dann die Bundesregierung weil jedes Bundesland dann wieder ein eigener eigenständig wird ja und ja und der Bundesrat mit seinen Ländern ist dann die einzige vielleicht noch Überländer Instanz aber letztendlich muss jede Landesregierung die Erlaubnis kriegen alles ändern zu dürfen ja und hier haben wir das noch das Arbeitsamt dann haben wir hier die Wohnungsamt das Medien Politik ach so da geht es hier weiter mit Journalisten Medien ja das ist ja der Gedanke dass also auch die Medien das gemessen werden muss ARD und ZDF und auch bei den privaten Fernsehsendern wie entwickeln sich Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand derjenigen Zuschauer die überwiegend sich informieren lassen von bestimmten Medien und da werden natürlich die die weiterhin das Leben durch Unwahrheiten und Irrtümer Irrtümsverbreitung beschädigen die werden natürlich dann finanziell abgestraft und dann werden auch Medien zu Dienern der Bevölkerung und werden ja dann auch das innerstaatliche Vorschlagswesen befördern indem sie eben dem folgen was ja das Wahlbündnis will nämlich dieses das ARD und ZDF und sich öffnen für für das innerstaatliche Vorschlagswesen wenigstens der Teilnehmer dieses Wahlbündnisses die dass diese ihre neuen Konzepte ständig zur Diskussion stellen dürfen und in jeder Talkshow dabei sein dürfen aber auch in extra Talkshows dann nochmal extra vorgestellt werden so dass das erste Programm und das ZDF dass die anderen Sender von ARD und ZDF können ja für die ganze Unterhaltung benutzt werden von mir aus und für den ganzen Sportquatsch aber erste Programm dient nur dem innerstaatlichen Vorschlagswesen und der Verbesserung unserer unseres Wohlfühlens unserer Gesundheit unserer Langlebigkeit und unseres Wohlstandes und wie sofern zur Wohlfühlens Verbesserung auch noch Unterhaltungssendungen gehören dafür gibt es genügend andere Sender außer dem jeweilsigen Hauptkanal von ARD und ZDF hier Richter Polizei Staatsanwälte Rechtsanwälte und so weiter ganz gefährliche Sparten weil die eben wie gesagt die Verbrecher ermutigen statt sie zu entmutigen im Kapitalismus und ja das ist die Gesamte ist die Diktatur der Sparten und Karl Marx und all die Leute wie bis hin zu Thilo Bode Greenpeace Footwatch hatten ja das Ganze unterschätzt mit dem Begriff der Diktatur der Konzerne und das war der Irrtum es ist die Diktatur der Sparten hier nochmal können sie vielleicht manches besser lesen so rum ja also hier alles ist durchdrungen deswegen es macht gar keinen Sinn jetzt den Parteien vorzuwerfen dass sie jetzt die vorteilbringenden Irrtümer multiplizieren aber die sind ja überall das ist ja eigentlich die Gehirnwäsche Propaganda Manipulation Werbung vorteilbringende Irrtümer parasitäre Mime Killerviren des Geistes irrationale Kognition sind ja überall sind ja in allen Köpfen also kommen sie bloß nicht auf die Idee irgendjemandem irgendwas vorwerfen zu wollen gucken sie auf ihr eigenes Gehirn da ist genügend Müll drin so und jetzt kommen wir zu einem der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspadler der lautet alle tonenfach bewiesenen Tatsachen der Naturwissenschaften sie können nicht einfach durch ein bisschen Dünger irgendwo was draufschütten oder durch Bildung plötzlich ein Gehirnwachstum einleiten wenn ein Kind die Genetik hat für ein Einliter Gehirn dann wird es strunzdumm bleiben egal was sie da an Bildung draufschütten es wird ein ganz bisschen von der Bildung profitieren und wird in seiner Fähigkeit vielleicht etwas nach rechts verschoben hier aber es wird niemals die Fähigkeiten eines Kindes mit einem Potenzial genetischen Potenzial für ein Zwei-Liter-Gehirn haben und von daher dieser vorteilbringende Irrtum der hat dann dazu geführt dass es doch gut ist einfach Kinder zu unterstützen dabei in Wirklichkeit müssen wir es wie in der Natur machen wir müssen dafür sorgen alles dafür tun und Sie kennen ja sicherlich schon unsere ganzen Maßnahmen wie wir es dafür sorgen wollen dass unsere fähigen Frauen mit den großen Gehirnen wieder Kinder bekommen möglichst von den Männern mit den großen Gehirnen damit wir endlich wieder Fachkräften Nachwuchs kriegen statt Beruf Harzer Nachwuchs und darum geht es ja und das zeigt dass wir als die naturwissenschaftliche realistische bodenständige vernünftige Linke eben einfach auch Realitäten zur Kenntnis nehmen und nicht wie die unrealistische Linke die ja von den Sozialspatlern Gehirn gewaschen sind mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspatler Gleichheit und alle sind gleich und alle sind potenzielle Genies und und so weiter und ja unbedingt die Hartz-IV Abbrecherin mit Geld überschütten auf das sie 30 Kinder in die Welt setze noch einmal die oberste bevölkerungspolitische Aussage ist wenn sich der durchschnittliche die durchschnittliche Intelligenz Deutschlands schneller nach links verschiebt also schneller Richtung Dummheit verschiebt als in anderen Staaten dann rücken wir in den Ukraine Irak Indianer Indius Status wir rücken in die potenzielle Opferrolle als irgendwann mal abgeschlachtet zu werden von einem der militärisch stärkeren kapitalistischen Killerstaaten wie China Indien USA Russland und so weiter irgendwann werden die nicht nur die Ukraine überfallen oder den Irak überfallen oder die Indianer überfallen und Indius wie wir das damals als Europäer getan haben als abschlachtende Instanz im Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft sondern dann werden wir die Opfer sein also wir sind im Kapitalismus gezwungen immer ganz vorne dabei zu sein idealerweise viel also unsere Gehirne wieder zu vergrößern und weniger schnell zu verkleinern als oder wenigstens weniger schnell zu verkleinern als alle anderen Staaten der Erde damit wir Hightech fähig bleiben und damit diese hier Raketen defensive reine defensiv Raketen Abwehr Riegel entwickeln können die zum Beispiel wenn die Ukraine sie gehabt hätten gar nichts durchgelassen hätten von Russland auskommen ja wir müssen etwas haben womit wir in die weltweitere Abrüstung eintreten können was nicht angriffsfähig ist Flugleistung maximal 100 Kilometer ja und sozusagen unser Land ist überzogen mit einigen Stationen sodass wir alles was über das All kommt in 100 Kilometer Höhe zur Detonation oder zerstören können wenn dann dort eine Atombombe explodiert dann ist die eher nur wie ein kleiner Rüpser und ist dann in unserem Land praktisch kaum zu spüren oder gar nicht zu registrieren oder wenig zu registrieren und mit 100 Kilometer können wir niemanden angreifen weil wir maximal 100 Kilometer über die Grenze fliegen könnten aber wir fliegen also 100 Kilometer hoch und dann müssen wir auch noch berücksichtigen das müssen wir uns klar sein dass wir natürlich froh sind wenn für uns aus Südafrika eine hübsche Gesundheitswissenschaftlerin kommt die uns ihre guten Gene und ihr tolles Know-how mitbringt und so weiter und dadurch uns stärkt und stärker macht und intelligenter macht und hier dann mit schon länger hier lebenden sozusagen Kinder in die Welt setzt aber für die Frau ist es ein Risiko denn wenn wir das Ganze jetzt mal hier als Weltkugel verstehen dann ist es eben so dass jeder angepasst ist die die am Südpol leben in Südpol Nähe leben sind eben an andere Sonneneinstrahlung und andere Lebensbedingungen jeweils angepasst also genau genommen gibt es gewisse Teilanpassungen an jeden Sonneneinstrahlungsgrad der Erde und wenn wir das einfach so Menschen einfach sich von da nach da bewegen kann das schädliche Dinge bewirken es kann auch sogar sein dass natürlich auch jede andere Region wieder andere Bedingungen hat an die man sich anpassen kann und jedes schnelle verlassen sozusagen und abwandern in andere Teile der Erde kann natürlich mit gesundheitlichen Schäden für die jeweiligen einhergehen so dass es natürlich eine interessante Frage ist wie weit jetzt die schwarzafrikanischen Menschen mit ihrer dunklen Sonnenschutz Haut in mögliche Sonnenmangelprobleme eintreten wenn sie nach Finnland ziehen oder nach Deutschland oder wo auch immer aber gut das müssen wir einfach noch als Naturwissenschaftler im Hinterkopf immer noch auch dabei halten das ermöglichte uns dieses Schaubild und hier sehen wir jetzt noch einmal hier das ist jetzt hier können wir nochmal sehen hier Nordeuropa Südeuropa Afrika Australien Südasien Nordasien USA Südamerika Nordamerika Südamerika oder wir können es sehen als Kommunenlandschaft und so weiter ja und 150er Kommunen also Bonoboschenker wir als Savannen Bonobos im Savannen Bonoboschenker Kommunismus kommunistischen Gruppenehen würden uns vielleicht wieder einige dann über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften die das wollen würden vielleicht experimentieren mit dem Aufbau von 150er Gemeinschaften die dann alle wieder wo dann also hier die Töchter abwandern in die umliegenden Gemeinschaften wo dann also die Enkelkinder aufwachsen und so weiter wo dann ein liebevolles Netz pazifistisches liebevolles Netzwerk sich über die ganze Erde dann am Ende ausspannen wo man dann natürlich auch drüber nachdenken kann dass sich Staaten auflösen dass sich vielleicht wollen wir dann auch wieder ganz ohne Tauschhandel und Geld leben und so weiter aber wir können auch das Ganze mit Geld und Tauschhandel machen dann müssen wir aber überall GWÖ-GWO Kombiprinzipien beibehalten denn sobald sie unkontrollierten Tauschhandel wieder zulassen sind wir ruckzuck wieder im alles zerstörenden Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft ganz schnell dann wieder zurück ja dann also noch einmal ja also kriminelle Lügen sind ein kleiner Anteil wo vielleicht nur 2% des Geschehens in einer Gesellschaft der Großteil sind vorteilbringende Irrtümer und ein kleiner Teil sind noch Wahrheiten denn der Kapitalismus lässt kaum Wahrheiten übrig in der Gesellschaft gibt es also eben dass wir überhaupt nicht ganz verhungern liegt am kooperativen Anteil dass wir durch die Nahrung aber krank werden ist natürlich dann schon wieder der antikooperative Anteil und so weiter ja also aber im Kapitalismus ist der antikooperative Anteil riesig beruhend auf überwiegend vorteilbringenden Irrtümern und kleinen Mengen krimineller Lügen und wir müssen dafür sorgen dass durch die GWÖ GWO Kombi der kooperative Anteil alles überwiegt und 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 die Verschwörungstheoretiker sind eben die die allen unterstellen das seien kriminelle Lügner überall Verbrecher widmen nur nicht in sich selber die also diesem naiven Schluss entstehen wenn etwas schlecht läuft dann ist es kein Systemfehler sondern es sind alles Verbrecher verbrecher müssen vor Gericht gestellt werden ein typischer vorteilbringende Irrtümer der Sparten innere Sicherheit der Rechtsanwalt Sparten der Richter Sparten die sich alle bereichern daran dass sinnlos vor Gericht gezogen wird und behauptet wird die haben uns Trosten wie Lauterbach und das sind alles Verbrecher die uns belogen haben und so weiter so Vorteil typische vorteilbringende Irrtümer also diese Verschwörungstheorien sind typische vorteilbringende Irrtümer der Rechtsanwalt Sparten zum Beispiel ja dann hier diese ständige Missachtung unserer geliebten Milliardärskönige Politikkönige und Journalistenkönige ja wir müssen nicht gegen sie sondern mit ihnen die bessere Welt schaffen wir müssen deren Leben besser machen und unser Leben besser machen gemeinsam und dafür das geht alles mit der GWÖ und GWO Kombi ja die GWÖ hat ja auch noch solche ja geringschätzigen Tendenzen gegenüber den Milliardärs und Politik und Journalistenkönigen ich hoffe dass wir das dann in der GWÖ GWO Diskussion abstellen können und erkennen können dass jede Art die sich gegen ihre Leitwölfe gegen ihre fähigsten Jägerinnen im Löwenrudel und so weiter stellt gegen die Fähigsten stellt dass diese ja immer zum Untergang verurteilt ist mit unseren Fähigsten gemeinsam in die bessere GWÖ GWÖ Kombi Zukunft ja und vielleicht sind diese ganzen wie Professor Hans-Werner Sinn befürchtet hat vielleicht stimmt das was er befürchtet hat dass diese NGOs alle nur Schaden anrichten dass also Fridays for Future auch nur den Konzernen den fossilen Konzernen Panik und Angst gemacht hat sodass die noch schneller Kohle und fossile Energien gefördert haben und noch schneller verkauft haben um eben nicht am Ende vor einem Verbot ihres Geschäftes zu stehen und dann auf unverkauften Reserven zu sitzen sozusagen und dadurch dass diese NGOs dadurch nichts anderes gemacht haben als den CO2 Ausstoß weltweit zu vergrößern was nur ein bisschen unsichtbar wurde dadurch dass wir eben ein bisschen schwerer sichtbar wurde dadurch dass wir letztendlich durch den Corona-Effekt natürlich einen Scheinrückgang des CO2-Geschehens hatten sozusagen ja und dann kann man nochmal an dem Schaubild kann man halt nur zeigen dass eben die mit den kleinen Gehirnen zur Linksradikalität und zur Rechtsradikalität neigen zum braunen und zum unrealistischen Linken und dann wird es hier immer realistischer und hier sind wir die realistische Linke die bodenständige vernünftige realistische Linke und hier sind die realistischsten unter den Konservativen aber dann geht es hier Richtung also CDU FDP AfD Richtung und hier wird es dann richtig richtig AfD und rechts braun ja ja und das ist also der Gang wie also die Intelligenz zusammenhängt mit sozusagen mit der ganzen Geschichte ja und das ist das eben was was jede was DNS in diesem Universum macht viele wollen ja eine Gesellschaft ohne Geld ohne Tauschhandel ohne Leistung ohne Wettbewerb ohne Konkurrenz und so weiter ohne Unterschiede und so weiter aber DNS ist eben Konkurrenz Wettbewerb Leistung Wettbewerb Konkurrenz Egoismus ja ohne Egoismus wollen ja viele die Gesellschaft und den Menschen entwickeln hin zum Weg vom Egoismus aber DNS ist leider Egoismus ja also um einen Menschen umzukonstruieren sie können einen Roboter ohne Egoismus ohne Leistungsmotivation ohne Wettbewerbsneigung ohne Konkurrenz Neigung erschaffen und bauen und konstruieren und entsprechend programmieren aber bauen sie mal bitte ein Säugetier um das wird also ich weiß nicht wie wie viele Millionen Jahre man dazu brauchen würde um das hinzukriegen also wir wissen ja bei den meisten Genen noch nicht mal was sie überhaupt wo irgendwo machen mit uns aber irgendwo in dem ganzen DNS Wust in den 23 Chromosomen paar 46 Chromosomen unserer Zellkerne und so weiter und wo auch immer noch Information vorhanden sein mag in den Mitochondrien und wo auch immer das ist alles programmiert auf Egoismus Leistung Wettbewerb Konkurrenz und das verlassen zu wollen ist einfach nicht möglich und deswegen sind das dann wieder möglicherweise vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten denn wenn ich das versuche eine Gesellschaft so zu bauen dann landet sie wieder in groß der Armut und dann gibt es wieder so viele Sozialfälle und dann können sich die Sozialspartler bereichern und wenn das ganze Land dann nur noch aus Armen besteht und die Sozialspartler nicht mehr bezahlen kann können ja die Sozialspartler abwandern in andere Staaten und diese dann plündern können ja auswandern sie sind ja reich und alles andere ist verarmt und sie können ja dann abwandern wenn aus den Armen nichts mehr rauszuholen ist aus dem verarmten Land und so geht dann das Plündern weiter so ähnlich so kann es ja überall dann geschehen ja also das heißt wir sehen ja hier diese Mutter versucht ihre eigene ihren eigenen Gene rein egoistisch in die Zukunft zu pumpen indem sie wenigstens 0,5 der Gene hier hat und die anderen 0,5 stammen ja vom leiblichen Vater und beide versuchen ja auf diese Weise ihre Gene in die Zukunft zu pumpen und das lässt sich wohl nicht ändern weil das ist einfach Natur das ist leider in diesem Universum wir sind ein Universum das nur DNS orientiertes Leben kennt da bräuchten wir ein anderes Universum mit ganz anderen Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten aber dieses Universum das ermöglicht das einfach nicht das ist Naturgesetz und das kann man leider durch nichts ändern sondern man kann eben nur Staaten ruinieren und in Armutslandschaften verwandeln indem man das versucht und das mögen natürlich dann davon profitieren natürlich dann die Sozialspartler Schluckwasser Schluckwasser nochmal ja so dann gucken wir mal weiter und dieser egoistische Akt setzt sich fort die Nabelschnur wird ersetzt durch die Nabelschnur Ersatzverbindung Brustwarze Lippen des Kindes ja und hier fließt dann die Energie weiter von Mutter zu Kind ein hoch egoistischer Akt hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun sondern ist ein höchst egoistischer Akt denn die Mutter kann nicht mehr als zu versuchen wenn sie aber jetzt feststellen würde dass das Kind irgendwie nicht in der Lage sein wird erfolgreich weitere Generation weiterhin die Gene dann in weitere Generationen zu transportieren dann kann sie sich auch jederzeit gegen dieses Kind entscheiden und das ist ja dann auch eine gesunde Entscheidung der Mutter ja also und da sollten wir ihr nicht rein reden denn sie sieht ja ob sie hier ob das Kind von Anfang an von ihr so gut versorgt und ernährt und gebildet und sonst was werden kann wir sind ja auch längst schon wieder im Kapitalismus auf dem Weg dass unsere staatlichen Schulen eher sowas wie die Sklavenschulen für die Dummen sind und dass die fähigen eigentlich nur noch in Privatinstitutionen sogar ich damals war schon eine Zeit lang in einem Privatinternat wenn ich auch wenn es damals ein Alumnat war aber ja also staatliche Schule und privates Internat aber ein paar Jahre also die Gebildeten haben ja jetzt immer mehr den Trend die staatlichen Bildungseinrichtungen zu verlassen und die teuren Privaten zu wählen weil eben nur dort wirklich noch gute Bildung stattfindet und das andere ist ja mittlerweile längst runtergekommen Sklaven Sklaven Bildungsstätten also für Sklaven und deswegen wenn die Mutter sieht sie kann das Kind gar nicht in eine private Bildungseinrichtung bringen ja warum soll sie sich nicht gegen das Kind entscheiden wenn sie sowieso wenn das Kind sowieso keine Chance hat wirklich auf erfolgreiche und leistungsfähige weitere Generationen dann kann sie sich auch dagegen entscheiden und dann belassen wir das aber den Müttern die werden die werden immer da eine gute Bilanz machen es ist ja ihr Leben und es ist ihr Fleisch und natürlich auch der Väter aber da wir ja in Idealen im Bonoboschenker kommunistischen Gruppenehen zum Beispiel gar nicht wissen Savannen Bonoboschenker kommunistischen Gruppen ihnen ja dann am Ende gar nicht wissen wer der Vater welches Kind es ist müssen wir es allein den Frauen überlassen die Entscheidung über die Kinder ja und wie heißt es so schön Pater Semper Incertis oder so oder Mater Semper Certis oder so also die der Vater ist immer ungewiss die Mutter ist immer gewiss es sei denn wir wursteln damit zu viel rum aber das soll dieses mit den Gesundheitssparten daran an den natürlichen Vorgängen zu viel rum da müssen wir dann auch noch aufpassen ob die Mutter überhaupt die Mutter ist Leihmütter und was auch immer und hier haben wir jetzt die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin herzlich willkommen wenn sie das Gesundheitsrisiko eingehen will dass sie vielleicht gesundheitliche Probleme bekommt weil sie hier mit dieser anderen Sonneneinstrahlung und so weiter nicht klarkommt aber herzlich willkommen bei uns frische Gene sind immer gut für uns das ist die endgültige Absage an diesen AfD-Rassismus der da mitschwingt noch in der AfD weg mit diesem rassistischen Müll wir brauchen frische Gene aus aller Welt es gibt nichts Schlimmeres für eine Tierart als wenn sie genetisch verarmt und nicht mehr genügend Zustrom neuer genetischer Innovationen bekommt deswegen herzlich willkommen liebe schwarzafrikanische bringen sie gerne ihre hochleistungsfähigen Gene und ihr Hochleistungswissen in uns rein und machen sie uns stärker so dass wir nicht das Schicksal der Ukraine erleiden und hier ja da könnte man noch mal sehen wenn es wirklich wenn die Menschheit wirklich so wäre dass die Menschen wirklich politisch mitdenken wollten es gibt ja zwei Modelle die einen sagen die wollen das delegieren also wir wollen es weiterhin delegieren an die Bundesländer Bundesliga der Landesregierungen weil wir einfach nichts zu tun haben wollen den ganzen Tag uns mit Politik zu beschäftigen oder wenn sie sich doch damit beschäftigen wollen so könnte dann hier zum Beispiel ein Volksentscheid aussehen wo die Wählerinnen dann wirklich vieles entscheiden dürfen und ja und man könnte dann wenn die Bevölkerung wirklich so viel machen wollte könnte man nicht nur die Wohlfühlstimme einführen die ja mit ganz wenig Zeitaufwand sofort das Ende des Neubauismus bedeuten würde und so weiter und dann zusammen mit der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung natürlich das endgültige Ende jedes Konzerneinflusses hat Politiker die nicht mehr nur uns Menschen allen uns Menschen und allen Wählerinnen und Bewohnern eines ihres Bundeslandes dienen die sind dann ganz schnell weg vom Fenster wegen den vorgezogenen Neuwahlen und so weiter ja und dann die Volksentscheid Wahlprogramme und Volksentscheide wie gesagt wenn das gewollt ist wenn das wirklich gewollt ist dass wir die Arbeitsteilung ein Stück aufkündigen und wir wirklich wieder selbst entscheiden wollen ja die Frage ist ist es ein Fortschritt auch bei der Steuerung eines Bundeslandes in der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung da arbeitsteilig vorzugehen oder wollen wir einen Teil der Arbeit wieder auf uns selber zurückwälzen was wollen wir dann können wir hier auch Volksentscheid Wahlprogramme und Volksentscheide nehmen wir können auch die Volksvorwahlen Mini-Volksentscheide noch nehmen dazu nehmen um neue Reformer hochzuwählen da müssten wir dann alle vielleicht alle zehn Jahre mal an solchen Hochwahlprozessen stattfinden an den sogenannten Vorwahlen Mini-Volksentscheiden wo wir auch Themenfestlegungen entscheiden könnten bezüglich der nächsten großen Volksentscheide und so weiter ja und dann ja aber das das muss sowieso gemacht werden Medienreform die öffentlich-rechtlichen Medien sofort werbefrei ja als Übergangsform könnte man sagen 50% Stimmrecht für neue Mitarbeiter mit Gegenmeinung darauf folgt immer 50% der Redezeiten für die Gegenseiten naja könnte man machen vor Nachmittags- und Abendsendungen Übungsvorwahlen Mini-Volksentscheide und so Talkshows und so weiter kann man alles machen wie gesagt das will ja auch das Wahlbündnis erreichen und so weiter aber auch wir müssen auf der anderen Seite sehen vielleicht wollen die Leute dann auch wir werden es ja auch dann sehen ob die Menschen sich ob sich halbwegs noch genügend viele Zuschauer dann finden für die ganzen Talkshows des innerstaatlichen Vorschlagswesens oder ob die Bürger sich entscheiden würden uns sagen nee wir haben jetzt mit der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung so viel Kontrolle über die Politik wir haben keinen Lobbyismus mehr mit unserer Wohlfühlstimme haben wir sowieso das alleinige Sagen im Staate wir als Menschen ja und die Konzerne haben gar nichts mehr zu sagen im Staate sondern sind unsere Diener oder sterben ja entweder du bist unser Diener oder stirbst und dann insofern haben es reicht uns dann dass wir die Bundesländer Bundesliga der Landesregierungen im Griff haben und überlassen es dann den Politikern die neuen Ideen der neuen Denker und Ideenentwickler aufzugreifen denn die werden natürlich die 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 Landesregierungen werden ihre Türen weit öffnen und sagen kommt und zwar nicht nur als Alibi wie zuletzt gemacht da war es mal so eine Alibi Aktion von der CDU ja neue Ideen braucht die CDU das war alles nur Alibi das war nur in Wirklichkeit interessiert man sich gar nicht für neue Ideen aber in der ab der Bundesländer Bundesliga der Landesregierung kann man ja nur noch überleben wenn man die besten Ideen der neuen Denker vor den anderen Parteien erfährt vor den konkurrierenden Landesregierungen und Parteien erfährt und dadurch werden sich die Türen sperrangelweit offen man wird ständig zu sich rufen alle Ideen Entwickler neuer Ideen und dann könnten die Wählerinnen natürlich auch sagen wir wollen das gar nicht unbedingt in den Medien haben das innerstaatliche Vorschlagswesen sondern das können die Parteien und die Bundesländer Regierungen die Landesregierungen selber machen das können wir denen überlassen also wir müssen denen jetzt nicht in der Basisdemokratie aufzwängen den Wählerinnen wenn die das nicht wollen wollen sie es nicht ja und dann ja man könnte natürlich auch Eilentscheidungen in der Politik fällen auf Basis von simulierten geheimen Volksentscheiden ja Reform das ist hier jetzt auch als Übergang natürlich extrem wichtig Reform der 5% Hürde keine Stimme geht mehr verloren wird bei Nichterreichen der 5% Hürde einer festgelegten Partei zugerechnet oder abgezogen ja also man kann ja dann so eine ganze Kette von Parteien machen so wenn die nicht über die 5% kommt dann die und dann die Stimme an die ja und dann könnte ja so zulassen dass man so kleine Ketten festlegt wo die Stimme hinwandert wenn die alle nicht die 5% Hürde schaffen und am Ende sollte vielleicht eine Partei stehen die mit großer Sicherheit die 5% Hürde überschreitet und so hätten wir dann so einen Kompromiss aus nicht nicht mehr zu kleine Parteien zu große Vielfalt zu winziger Parteien und und diesem im Moment dieser Unterdrückung des Hochkommens neuer Parteien da hätten wir so einen Kompromiss ne ja und dann hier so das da gibt es ja auch diese Bewegung eine neue Verfassung die Verfassung zu verbessern eben statt einer kapitalistisch marktwirtschaftlichen Verfassung eine gemeinwohlorientierte Verfassung zu schreiben aber das floppt ja wohl auch gerade und ist unterwandert worden von irgendwelchen Sparten ich glaube es ist von der Anthroposophie Sekte unterwandert worden dieses Vorhaben ja das war ja damals der erste Entwurf circa 1990 der erste Vertrag gemäß der Konzeption eines neuen Gesundheitssystems das war also eine erste Gesundheitsreform Konzeption die genau das gemacht hat was die was die GWÖ GWO Kombi ja dann machen würde nämlich jeder im Gesundheitswesen wird belohnt je gesünder sich durch sein Wirken die Kunden entwickeln ja hier da könnte man die Vertragstechniken kann man lesen ja könnte ich das müsste ich jetzt allerdings noch ein bisschen vergrößern aber weiß nicht ob man es dann lesen kann ja und hier sieht man noch mehr von diesen Volksentscheids Geschichten hier sieht man noch mal mehr von den Verträgen und den Texten zu dem zu dem das zeigt also wie alt die GWO Geschichten sind schon GWO geht ja auf 1968 zurück hat ihr da den Beginn ihrer Denkgeschichte und 1990 war man schon so weit dass man eigentlich schon wusste wie man die idealen Gesundheitsreformen macht und wie man sogar neue neue Versicherungsformen macht in Kombination mit der privaten Krankenversicherung hier das Modell und so weiter und ja und so sieht man hier noch mal Volksentscheid Vorentwürfe sozusagen halb ausgefüllt und so weiter und hier hätte man Volksentscheide über Verfassungspunkte Präambel hier könnte man Volksentscheid Verfassung aussehen und ja so ja dann ist doch schön dass sich das noch mal gezeigt hat dass wir sie können das Ganze ja anhalten und dann lesen ja ja das war's ich habe Ihnen also hiermit noch mal alles gezeigt damit glaube ich habe ich in dieser Sendung noch mal alles rund gemacht diese Sendung können wir mal wieder sehen noch einmal so der allerneueste Stand das ist das was Sie in den über tausend Sendungen alles noch mal im Detail noch mal alles nachhören und nachschauen können und in den ganzen unzähligen Homepages ja wo finden Sie das alles ja also wenn Sie hier hin gehen zum Beispiel Ach so das sind jetzt wieder Bilder von mir na jetzt bin ich wieder zurück na jetzt bin ich wieder bei der Kommune ja das da wären wir wieder beim Savannen Bonoboschenker kommunistischen Gruppenehen wieder zurück der Supervision dafür ja aber ich zeige Ihnen das noch mal schnell hier damit wir wirklich alles rund gemacht haben ja wenn Sie also mal eingeben hier irgendwie wenn Sie also googeln nach äh oder Sie tippen direkt ab hier von hier direkt ab radderweisen minus biebwöl.de dann kommen Sie direkt hier hin na müssten Sie eigentlich schon direkt auf dieser Seite hier landen und dann sind Sie eigentlich schon hier richtig besser geht es eigentlich nicht ja doch ist eigentlich egal wie ich das mache doch nee so ist es doch am allerbesten also wer mitdiskutieren stöbern und schmökern würde also hier kriegen Sie Umgang Zugang zu den tausenden von Textzeilen auch befreundeter Homepeaches hier können Sie munter rumklicken sozusagen und überall auf befreundetes und ähnliches also die letztendlich die GWÖ-GWO-Diskussion können Sie hier verfolgen besonders hier können Sie natürlich bei der Partei das Gemeinwohl wenn Sie da draufklicken natürlich dann auch eben diese GWÖ-GWO-Diskussion vertiefen und verfolgen und können die unterschiedlichen Ansätze sich anschauen und ja und dann finden Sie hier können Sie auf in 1050 Sendungen können Sie das ist ja jetzt dann Sendung 1049 können Sie in bald 1100 Sendungen und nee in circa 2000 Sendungen können Sie das Best of Best des Fernsehens überhaupt finden ja das Best of Best findet sich zum Beispiel wo ist es denn eine davon hier eine von diesen Sendern ist ein befreundeter Sender das ist der News und Talks wenn Sie also News und Talks irgendwie finden da müssen Sie alle Playlists durchschauen dann können Sie das studieren hier und so finden Sie dort alles und auf der auf den Homepage überall und alles wenn Sie das alles studieren haben Sie haben Sie ein Studium in Wahrheit im Gegensatz zum Studium der kapitalistischen Vorteil bringenden Irrtümer der Spaten also der der Märchen und der Pseudowissenschaften unserer Universitäten das ist ja alles voll unsere Universitäten haben ja circa 90% Pseudowissenschaft ich konnte ja auch nur zur Wahrheit finden weil es auch noch tatsächlich irgendwo noch diese 10 vielleicht bis 5% Wahrheiten sogar an den Universitäten noch manchmal zu finden gibt aber das wird immer immer weniger jetzt haben wir ja die Wahrheitsinstanz Weltrat und Next Scientists for Future und wenn Sie da studieren wollen an dieser Mini Online Uni dann haben Sie hier jetzt alles vor sich was Sie studieren können ja ich glaube damit ist alles gesagt damit ist mal wieder die Sendung 1049 eine Rundumschlag nochmal so alles zentral Wichtige in einer Sendung wie lange hat die jetzt gedauert oder ich muss sie wahrscheinlich erstmal abschalten ich muss diese Sendung jetzt hier erstmal abschalten jetzt bin ich hier irgendwie habe ich was angeklickt mache ich das mal wieder zu ich muss hier suchen wo ist das Ding hin ach da oben ist es also wieder mal ein Rundumschlag alles erklärt Tschüssi bis bald